Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, der heutige Tag verspricht ein volles Programm für dich. Vielleicht besuchst du eine Party, triffst dich mit Freunden zu einem Drink oder Abendessen oder nimmst an einer gesellschaftlichen Veranstaltung teil. Dabei wirst du dich wahrscheinlich mit Menschen, die dir wichtig sind, unterhalten und dich mit ihnen austauschen. Diese soziale Stimulation entspannt dich nicht nur, sondern liefert dir auch wertvolle Informationen und Erkenntnisse. Die aktuellen astrologischen Transite bieten ein günstiges Umfeld für persönliches Wachstum und Selbsterkenntnis. Es ist möglich, dass in dieser Zeit lange verdrängte emotionale Themen an die Oberfläche kommen. Um dieses Erwachen effektiv zu bewältigen, ist es wichtig, dass du dich körperlich betätigst, damit die mentale Energie nicht überhand nimmt. Nimm dir vor, mindestens dreimal pro Woche regelmäßig Sport zu treiben, denn das kann in dieser Zeit des Wandels eine unschätzbare Hilfe sein. Wenn du außerdem viel Wasser trinkst, hilft dir das sowohl körperlich als auch symbolisch dabei, Giftstoffe auszuspülen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dich von jemandem inspirieren zu lassen, den du bewunderst. Suche dir ein Vorbild, das Qualitäten und Leistungen verkörpert, die du gerne nachahmen würdest. Zögere nicht, sie mit Fragen über ihre Ziele, Gewohnheiten und den Weg, der sie zu ihrer jetzigen Position geführt hat, anzusprechen. Von ihren Erfahrungen zu lernen, kann dir wertvolle Einblicke und Hinweise für deinen eigenen Weg geben. Deine natürliche Neigung, neue Erfahrungen zu machen und zu lernen, ist heute besonders ausgeprägt. Während du dich weiterbildest, triffst du vielleicht auf jemanden, der deine Aufmerksamkeit fesselt und deinen Ehrgeiz weckt. Auch wenn die Begegnung nicht sofort zu einer romantischen Beziehung führt, hat sie einen pädagogischen Wert und bietet dir die Möglichkeit, dein Wissen auf unerwartete Weise zu erweitern. Die Sterne stehen in diesem Monat günstig und unterstreichen das transformative Potenzial der Gewohnheitsbildung in deinem Leben. Die Kunst, positive Gewohnheiten zu schaffen und zu pflegen, kann eine lebensverändernde Offenbarung sein. Egal, ob du einen neuen Karriereweg einschlagen, dein körperliches Wohlbefinden verbessern oder tiefere Beziehungen pflegen willst, der Schlüssel liegt in beständigen, zielgerichteten Handlungen. Beginne mit kleinen, erreichbaren Zielen und lass dich vom Schwung der täglichen Routine leiten. Die himmlischen Energien unterstützen dich dabei, Rituale einzuführen, die den Weg für dauerhaften Erfolg und persönliches Wachstum ebnen. Denke daran, dass es nicht nur darum geht, was du tust, sondern auch um die Person, die du dabei wirst. Lass dich auf die Reise der Gewohnheitsbildung ein und beobachte, wie sie eine bessere und erfüllte Zukunft gestaltet. Mit dem Übergang der Sonne über den Äquator, der den Beginn der Waagesaison während der Herbsttag und Nachtgleiche markiert, wirst du ermutigt, Harmonie und inneren Frieden in dir zu suchen. Als jemand, der Individualität und einzigartige Perspektiven schätzt, kann es besonders wichtig sein, ein Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Nutze diese Energieverschiebung, um die verschiedenen Aspekte deines Lebens zu harmonisieren und sicherzustellen, dass du den verschiedenen Bereichen die gleiche Aufmerksamkeit schenkst. Auf diese Weise wirst du die Übergänge im Leben mit Anmut und Gelassenheit meistern und ein Gefühl des inneren Gleichgewichts entwickeln. Nutze die Möglichkeiten zur Selbstentdeckung und zum Wachstum, die dir diese Jahreszeit bietet, und lass dich von deinem fortschrittlichen Geist in eine ausgeglichene und erfüllte Zukunft führen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die sieben der Schwerter steht für Täuschung, Geheimhaltung und die Notwendigkeit, vorsichtig zu sein. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vor Täuschung oder Unerlichkeit auf der Hut sein musst, entweder von anderen oder von dir selbst. Sie steht für eine Zeit der Wachsamkeit und dafür, wie wichtig es ist, deine Interessen zu schützen. Die sieben der Schwerter ermutigt dich, deinen Instinkten zu vertrauen und auf versteckte Absichten oder betrügerisches Verhalten in deiner Umgebung zu achten. Sie erinnert dich daran, Maßnahmen zu ergreifen, um dich und deine Interessen zu schützen. Die sieben der Schwerter wird von der Karte die Welt begleitet. Diese Karte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines Ziels. Sie steht für das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins und für ein Gefühl von Ganzheit und Erfolg. Die Welt lädt dich dazu ein, deine Erfolge zu feiern und den Abschluss eines Kapitels deiner Lebensreise anzuerkennen. Sie erinnert dich daran, dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen und ein Gefühl der Erfüllung zu bekommen. Schließlich haben wir noch die Gerechtigkeit. Diese Karte steht für Ausgewogenheit, Fairness und die Notwendigkeit eines unparteiischen Urteils. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gerechte und ausgewogene Entscheidungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass die Fairness überwiegt. Die Gerechtigkeit ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Sinn für Integrität und Fairness übereinstimmen. Sie erinnert dich daran, dass Ausgewogenheit und Unparteilichkeit zu positiven Ergebnissen führen. Die Sieben der Schwerter, die Welt und die Gerechtigkeit ergeben zusammen eine Kombination aus Vorsicht, Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mach dir heute die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bist und auf Täuschungen oder versteckte Motive achtest, sei es bei anderen oder bei dir selbst Vertraue auf deine Instinkte und ergreife Maßnahmen, um deine Interessen zu schützen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Welt, indem du deine Erfolge feierst und erkennst, dass du eine wichtige Phase deines Lebensweges abgeschlossen hast. Nimm ein Gefühl der Erfüllung an und erkenne dein Erfolgspotenzial an. Kanaliere die Energie der Gerechtigkeit, indem du bei deinen Handlungen und Interaktionen ausgewogene und faire Entscheidungen triffst. Achte darauf, dass deine Entscheidungen mit deinem Sinn für Integrität und Fairness in Einklang stehen. Diese Deutung steht für einen Tag der Vorsicht, der Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mache dir die Energie der Sieben der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bleibst. Nutze das Gefühl des Erreichten und der Ganzheit, das dir die Welt bringt. Nutze die Weisheit der Gerechtigkeit, um ausgewogene und gerechte Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Erinnere dich daran, dass du durch Wachsamkeit, das Feiern deiner Errungenschaften und faire Entscheidungen mit einem Gefühl der Integrität und Erfüllung durch den Tag gehen kannst und gleichzeitig deine Interessen vor möglicher Täuschung oder Unerlichkeit schützen kannst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017